Thema Marvin Duxch, es gibt einige Transfergerüchte, die wohl von England hier rüberschwappen, hast du bestimmt mitbekommen. Wie geht ihr jetzt gerade mit Blick auf die kommende Transferperiode im Winter mit solchen Gerüchten um, gerade bei ganz wichtigen Spielern? Relativ entspannt, ich meine, du hast es gerade gesagt, ich habe auch davon gehört, von diesen Gerüchten, aber für uns ist auch klar, wir haben keinerlei Interesse, Marvin im Winter abzugeben. Von daher beschäftigt uns jetzt aktuell nicht. Es ist auch wie gesagt nur ein Gerücht.